Unser Herz schlägt. Für Dinge, die nicht jeder versteht. Ab und zu nicht mal wir selbst. Es schlägt mit jedem Rückschlag stärker und nach jedem Sieg lauter. Es bebt vor Leidenschaft und manchmal setzt es sogar aus. Unser Herz ist rund. Endlich wieder Bundesliga. Endlich wieder Sportschau. Ab 19. August immer samstags um 18 Uhr im Ersten.